Wir Menschen, wir haben Bedürfnisse, die weit über Essen, Trinken, Schlafen, Sex und Arbeit hinausgehen, zumindest wenn wir zu den aufgewachteren Seen gehören hier auf diesem Planeten. Mein Name ist Henriette, ich bin ein lebender, liebender Mensch mit der gleichen Sehnsucht wie du, weil ich will lieben und ich will geliebt werden. Ich will ein Leben in Würde, in Souveränität, in Verbundenheit und natürlich auch in Freiheit führen. Und wenn unser Körper, der uns als Vehikel durch dieses irdische Leben führt, gesund ist, wenn er gut drauf ist, dann gelingt alles sehr viel freudvoller und leichter. Und der CT, der hilft uns auf sehr, sehr vielen Ebenen dabei, wieder heiler zu werden und an uns beziehungsweise die natürliche, gottgegebene Kraft, die wir in uns haben, zu glauben. Wir haben die alle in uns. Und trotzdem, ganz klar, der CD ist kein Heiler, er ist kein Arzt, der ersetzt auch keinen Arzt, sondern er ist ein Strahlenbeschützer für Mensch, für Tier, für die Pflanzen, für unsere Umwelt. Es ist ein Impulsgeber, also ein Spagat zwischen den Dimensionen. Lassen wir doch den Harald jetzt dann gleich zu Wort kommen. Herzlich willkommen zum Interview mit Harald. Er hat uns ziemlich viel von seiner Zeit gewidmet, um unsere Fragen zu beantworten. Und er gibt einen weiteren Einblick in sein Wissen, in sein Wirken und in das Wirkspektrum von CT, das wirklich sehr, sehr groß ist. Und in meinem Empfinden kommen die Antworten aus tiefstem Herzen und aus tiefster Überzeugung. Und danke dafür, Harald. Selbst ich bin eine Kundin und Anwenderin vom CT. Ich bekomme also keine Provisionen, ich verkaufe auch keine CTs und ich handele auch nicht im Auftrag von Harald oder seiner Firma G-Balanced, um das zu klären. Sondern es ist einfach mein persönliches Interesse, mehr von der Materie zu verstehen, nachvollziehen zu können. Ich bin einfach eine glückliche Anwenderin. Und wer ein bisschen mehr wissen will, was ich sonst so mache, kann sich gern mit mir vernetzen. Hier geht es jetzt doch um 100% Harald und den CT und die Einblicke, die er uns zum Cosmic Tower geben kann. Alles, viel Freude damit.